ZEW Wirtschaftsforum mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Mit dem Thema Agenda 2010, Bilanz und Perspektiven, stand die umfangreichste Reform des deutschen Sozialsystems seit Gründung der Bundesrepublik auf der Tagesordnung. Der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Professor Wolfgang Franz, konnte fast 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begrüßen. Hauptredner war Gerhard Schröder, der seine Reformen gegen seine Kritiker verteidigte. Schließlich forderte der Ex-Kanzler eine Agenda 2020, um die aktuelle Schuldenkrise in Europa zu bewältigen.